Bei uns im Studio ist jetzt Ministerpräsident Thorsten Albig. Herr Albig, das OVG hat es ja vorgegeben, dass der Wille der Bürger keine zentrale Rolle mehr spielt. Wie erklären Sie den Menschen vor Ort, dass sie nicht mehr richtig mitbestimmen können, was da vor ihrer Haustür passiert? Sie können schon noch mitbestimmen. Sie können auch Einfluss nehmen, auch in den Verfahren jetzt Einfluss nehmen. Aber was das OVG uns im Kern gesagt hat, all das, was verglichen werden muss, müssen objektive Kriterien sein. Und wenn Bürgerinnen und Bürger Ja oder Nein sagen, dann können dort objektive Dinge drin sein, aber auch subjektive. Aber das reicht nicht, um einen Anspruch, der ist bundesrechtlich gegeben, eine Windenergieanlage zu bauen, verbieten zu können. Da brauche ich klar belegbare Kriterien. Und die waren im Ja-Nein nicht da und deswegen mussten wir neu das aufstellen. Es wäre ja eine Möglichkeit gewesen, Sie sagen, der Mensch sei der größte Schutzfaktor bei dieser Planung gewesen, dass Sie die Windkraftanlagen einfach die Abstandsregel verändern von 400 und 800 Meter, sie einfach weiter wegstellen. Also wir haben faktisch ja heute viel geringere zum Teil, in manchen Bereichen 200 Meter vielleicht. Also wir gehen jetzt auf 400, 800, oft mehr, weil es auch an der Höhe der Anlage liegt und man mindestens dreimal so weit weg sein muss. Ja, das kann ich dann machen, wenn ich gleichermaßen zugebe, dass dann das Ergebnis am Ende nicht ausreichen wird, um genau das zu ersetzen, was mal drei Atomkraftwerke produziert haben. Das war aber immer unser Ziel, zu sagen, wir wollen eine Energiewende in Deutschland, weg von Atom, hin zu Erneuerbaren, weil wir damit ja auch eine Industriegesellschaft befeuern müssen. Wir machen das ja nicht zum Spaß. Und wer sagt, ich will größere Flächen, der stellt fest, dass Schleswig-Holstein nicht groß genug ist, um dann so viel Strom zu produzieren. Und das ist unsere Aufgabe, beides hinzukriegen. Die Menschen mitzunehmen, sie nicht zu sehr zu belasten, aber auch die Industriegesellschaft mit ausreichend Strom zu versorgen. Und dafür brauchst du ungefähr zwei Prozent Landesfläche, zehn Gigawatt. Wenn du weniger machst, wenn du mehr Abstandsfläche hast, dann reicht es nicht mehr. Dann brauchst du mehr Kohle oder mehr Atom. Wer das will, darüber kann man ja streiten. Dann muss man auch sagen, was man nicht tun sollte, ist so zu tun, als ob man 500 Meter oder 600 Meter nehmen kann, anstatt meiner 400. Und es ändert sich am Ertrag nichts. Doch, dann ändert sich was. Sie haben das Beteiligungsverfahren eben schon angesprochen. Sie sagen, es sei das Größte in der Geschichte unseres Landes. Wer darf sich denn berechtigte Hoffnung darauf machen, dass er da seine Einwände auch berücksichtigt bekommt? Na, erstmal ist jeder aufgerufen, Flurstück scharf. Genau zu gucken, haben die sich geirrt. Und die Zusage ist, wo wir uns... Die Änderung geht nur da, wo geirrt wurde. Na, wir wenden Kriterien an. Wir haben so ungefähr 70 Kriterien. Das sind Tabukriterien, das sind Abwägungskriterien. Und natürlich kann es sein, dass wir an Stellen, die angewandt haben, wo sie gar nicht hingehören, dass wir uns vertan haben. Und da brauchen wir jetzt die Rückmeldung im nächsten sieben Monaten der Menschen. Ab heute kann man ins Netz gucken und sich das anschauen. Ab 27. Dezember dann auch Kommentare dazu schreiben, online. Man muss nirgendwo hingehen. Und da werden ganz sicherlich viele Hinweise kommen, die uns nochmal viel klüger machen. Denn das ist die Marschroute. Keine Belastung für Menschen, wo sie vermeidbar ist. Und daran wollen wir uns auch messen lassen. Und das werden wir auch einhalten. Jetzt haben Sie ja mitten im Wahlkampf ein Thema, bei dem man es definitiv nicht allen recht machen kann. Ist das nicht riskant? Ja, wenn sie rein populistische Politik machen, ist es riskant. Das sagen mir auch viele. Wie doof bist du denn, dass du jetzt so ein Thema machst? Kann ich nur antworten. Ich bin ja nicht Ministerin geworden, um um ein Jahr vor der Wahl aufzuhören MP zu sein. Sondern das ist eine Aufgabe, die wir uns gemeinsam gestellt haben. Und ich habe den Job, die zu beantworten. Ich glaube, ich kann das ordentlich beantworten. Zugegebenermaßen kann ich keine Antwort geben nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Bisschen nass werden wir. Aber dann sage ich, wie nass sind wir geworden mit Kohle. An dem Urteil, welche Folgen das hat für die Haushalte. Und wer die Müllkübel sich anguckt, die Atomkraftwerke hinterlassen, da haben noch tausende von Generationen nach. Da ist das, was wir im Augenblick zu lösen haben, eher klein. Und wir werden es gut lösen mit den Menschen in diesem Land. Herzlichen Dank, Ministerpräsident Thorsten Albig. Danke.